Das Wetter ist der Raum ab und wundervolle Sommerstimmung hier. Und falls es noch Tränen beginnen sollte, machen wir den fetten Wett T-Shirt Contest. Ja sowieso machen wir das heute. Hier genau auf der Verkehrsinsel, der Wett T-Shirt Contest mit Markus und wir. Also, naja. So, herzlich willkommen. Stephen, wir haben schon einen Hauptpreis mit dir verlost. Unser Hauptpreis war eine Nacht gemeinsam mit dir in unserem Zimmer. Es hat sich aber keiner gemeldet für das Spiel.